Oh Gott, das ist jetzt aber nicht euer Ernst, oder? Okay, pass auf. 19.09.2054, liebe Sarah. Wir haben uns vor Jahren auf der Pearson Space Station getroffen. Ähm... I was relieved from service. Was heißt relieved? Befreit? Befreit vom... Freigestellt vom... Von seiner Arbeit halt. Mein Gott. Remember how we talked about my broken... Äh, erinnerst du dich dran, wie wir uns über meine kaputte ASE-Einheit unterhalten haben? Ähm... Ich bin auf der Suche nach einem Weg, die holographischen Dateien zu extrahieren. Und... Ich hoffe, dass du mir aushelfen kannst. Maria Gonzalez. Hi Maria, ja, ich erinnere mich, holographische Daten, äh, laufen durch eine einzigartige Hardware-Komponente. Ähm... Ich bin mehr in Software spezialisiert, so solltest du dich an meinen Kollegen Rolf Robertson, äh, hier, also hier bei, in derselben Station melden. Äh, er ist ein exzellenter Mechaniker. Sarah Baker. Sarah Baker. Ach, verdammte Scheiß. Escaped hast du. Okay, dann haben wir das, aber ich werde das nicht jedes Mal übersetzen. Ja, nur das zu... Antidepressants, okay. Antidepressiva. Fluoxetin. Antidepressants. 100 Pills. Sophia Corporation. 10 Milligramm. Da hat jemand Antidepressiva genommen. Okay. Da ist ein Bild. Wahrscheinlich von der Startruhe oder Freunde. Was haben wir da noch? Okay, bleibt geschlossen, die Jürgens Research Facility. Und ein Desaster. In Erinnerung an alle, die bei dieser Dysfunktion, ja, verstorben sind, würde ich mal sagen. Don't forget everyone we've lost that day. Ja, einfach vergiss niemanden, den wir an diesem Tag verloren haben. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir wirklich Mühe. Es ist nur nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. So instant während dem Reden zu übersetzen, ist schon fies. Ich bin kein Dolmetscher, weißt du? Okay, wir sind jetzt doch tiefer im Inneren gelandet. Oh, ich sollte mal mehr rennen, ne? Okay, da ist jetzt nichts Neues. Da geht eine Tür auf, da ist aber eine Leiter im Weg. Das finde ich nicht gut. Ich sag mal, was sind denn das für kurze Ruckler immer? Das ist voll merkwürdig. Ich habe das erst seit kurzem, ich weiß nicht, woran das liegt. Achso, die Tür ist, glaube ich, auch. Ich hänge ernsthaft. Ich hänge fest. Ah, jetzt. Dankeschön. Ähm, Grab. Scheißegal, es muss noch weg. Turn left, turn right release. Warte mal. Ich kann das nicht bewegen. Ich kann es ja auch einfach so drehen. Da nach hinten ziehen. Release. So. Müssten wir damit irgendwo hin? Also, nur mal so aus Interesse. Oder, es kann ja sein, dass hier irgendwo so versteckt ist, dass man da hochkantt ist. Man weiß ja nicht. Egal, wir können erstmal hier durch, das ist das Wichtigste. Und uns hier umschauen. Okay, aber hier sieht nicht aus, als wäre hier viel. Verdammt. Was sind das? Das sind so... Das ist auch so ein bisschen aus. So ein bisschen wie eine Mischung aus Roboter und Gasflasche. Das sind dann wahrscheinlich Terroristen-Roboter. Sag mal, was ist das für ein Ruckeln immer wieder mal? Verstehe ich nicht. Egal. Wir werden es überleben. Was ist das? Ich will wissen, was das ist. Evacuation notice. Please proceed outside. The... was? Okay. Control Center. Hier ist nichts. Hey, Wasser. Ernsthaft? Du hast jetzt einfach nur den Becher da gerade runtergezogen. Achso, das ist Limo, glaube ich. Ich dachte gerade, das ist alles Bier, was da rumsteht. Ähm. Da wird was angezeigt. Deswegen gehe ich da nicht rein. Achso, das ist wieder die Evacuation notice. Everyone in and around the facility must be ready outside the building at 5 o'clock at the rendezvous. Maria Gonzalez. VSA. Alles klar. Fortuna 1 is a go. Thank you, everyone. Okay, das hat funktioniert. The Control Center is located on the top floor of the facility. The dust storm is approaching fast. Let's go. Weißt du, dass du dich wiederholst, Madame? Hm? Weißt du das? Ey, da hängt noch was. Was ist das? Bier. Ach, Bierpong. Also doch Bier. I win. Cooler Typ. Okay. Äh. Dadurch, dass wir ins Control Center müssen, gehen wir mal hier rein. Ich habe drei Plausible Curses für den MPT Blackout. One, der Transmitter an Pearson Space Station. Claire. Da du bist. Komm schon, wir sind in der anderen Runde. Jeder ist schaubt für dich. Ich muss das noch einmal überprüfen, Maria. Wir haben es schon überprüfen, viele Mal. Wir sind gut. Komm. Es ist Zeit, um die Party zu sein. Es wird nicht lange dauern. Ich werde da. Ein wahrer Johansson. Once he set his mind to something, I could never convince him either. You are just as stubborn as your father. Probably the only thing we have in common. I just don't understand why he didn't restore the MPT connection. He invented the damn thing. And now it's just us. No one else is even trying. If we fail... Remember what I told you. If it can be done, then we're going to do it. That's all we have to focus on. Go over your notes. Join us when you're ready. Okay, all right. I'm going to send you to the blackout. Okay. Becca, you could be one another. Wir haben mal etwas gehört. Zwischen der Maria und der Claire, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Dam... Dambridge. Also nicht Cambridge, sondern Dambridge. Die Dambridge. University für Claire Johansson Magna Cum Laude in Astronautics. Okay. Sehr viele Entwürfe auch. Oh, da haben wir was zum Scannen. Schauen wir in den Dossier. So gut scheint es ja nicht gelaufen zu sein. Was steht da? Okay, da steht jetzt leider nicht viel. Das ist ein Brief. Supreme Court of the United Kingdom. Dear Mrs. Johansson, The court rules that the father... You can't stick around any longer, Fatuna. The rocket has to be primed as soon as possible. Von deinem Wiederholen wird's auch nicht besser. The court rules that the father... That the father... The father... Nicht your father. The father, Isaac Johansson, as the next of kin, has been granted full custody over Kathy Christina Johansson after the mother, Elizabeth Johansson's untimely death. As her current guardian, you are ordained to ensure that Kathy is brought for safe passage to the moon to be reunited with her father. Sinsolid, the honorable judge Richard Edge. Okay, und ja, nee, der Brief... Doch, der Brief ist an die Claire. Man müsste ja eigentlich... Ich hoffe, egal. Nein, ich sag nichts dazu. Alles gut. Alles passt. Ich kenn mich mit Englisch auch nicht so gut aus, dass ich jetzt wüsste, ob ich recht habe oder nicht. Ich hoffe mal, ihr könnt euch das meiste selber so ein bisschen übersetzen. Ich hoffe's, weil... Alles ist halt doch ein bisschen schwierig, wie gesagt. Ich denke mal, das Wichtigste habt ihr wahrscheinlich... Crew Quarters, okay. Aber wir wollen jetzt Control Center jetzt, bevor die Claire uns nochmal dumm anmuckt. Äh, Schließfächer können wir irgendwie, glaube ich, nichts machen. Nee. Da oben ist jetzt auch nicht viel. Hier ist ein Schrank. Jo. So in circa... fünf Folgen dann. Interakt. Äh, Fesenkopf-System, Launch Preparation, Initial Power Reboot. Wer macht dat? Kalkulieren, neue Sturm-ETA. Claire? Wir haben ein Problem. Der Sturm ist schneller, als erwähnt. Way faster. Zeit ist weg. Keep going, Fortuna. Wir haben jetzt schon zu lange gearbeitet, um zu verhindern. Okay, Objective. Wir haben ein neues Objective. Wir haben wohl das doch schon gestartet, obwohl wir nur eigentlich einen Neustart gemacht haben. Das hilft meistens bei PC-Problemen. Äh, prepare the launch sequence. Close both hydrogen fuel valves. Okay. Äh, wir müssten zwei Ventile finden, wie es aussieht. Und sie verschließen. Orientale, die ist kaputt. Ah, toll. Wir sind natürlich aus Fügung, aus Fügung direkt richtig gelaufen. Zum richtigen Computer, weil alle anderen nicht aktiv. Okay. Ich weiß nicht, ob wir da raus müssen oder hier runter. Müssen wir irgendwas machen? Hier? Achso. Das müssen wir, glaube ich, erst machen, wenn wir die zwei Ventile gedreht haben. Okay. Gut. Alles klar. Dann machen wir das. Ich bin nur froh, dass wir daran jetzt gerade nicht gestorben sind. Wir müssen wahrscheinlich da runterfahren. Was sind wir hier? Da ist nochmal eine Leiter. Eih, guck mal an. Da oben ist was? Das ist schon mal ein Rädchen zum Drehen. Nummer eins. Wir müssen noch ein zweites, das müssen wir auch noch. Was ist das für Tier sein? Genau das, was passieren soll. Verdammt. Aber wir können keine Kiste nehmen oder so. Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Da kommen wir nicht durch. Wir brauchen eine Leiter oder eine Kiste oder so was. Wenn ich hier immer rumgleite. Yay. Wir haben ja nicht viele Alternativen, daher... Hier liegt so eine Leiter, aber die hinzustellen alleine wird wahrscheinlich schwierig. Ach, ich sehe... Ich weiß doch schon. I know. Du musst wahrscheinlich die Leiter von vorher holen. Wusste ich's doch. Hallo? Aber wieso kann ich die nicht ziehen? Ich verstehe das nicht. Ach, weil die... Wahrscheinlich war die Tür zu. Ernsthaft, ich glaube, ich kann die nicht drehen. Ich kann die nicht bewegen. Ah, doch jetzt. Aha. Ich dachte erst. Okay. Dann fahren wir jetzt damit nach oben. Ringen die da an und dann können wir die zweite... an zweiten Rädchen drehen. Und dann öffnet sich vermutlich nach dem Drücken der Tasten dieser Gangbar. Also würde ich es behaupten. So. Kriegen wir das Ganze nach da hinten. Gut. So, jetzt aber. Jetzt drehen wir am Rad. Und damit haben wir beide... bin ja schon unterwegs. So. 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 Oh, ja, super. Ich habe es mir schon gedacht, dass wir jetzt rennen müssen, wenn die schon sagt, hurry. Ja, unser Sturm ist da. Wir müssten uns jetzt ein bisschen beeilen. Hätten wir doch vorher nur nicht so getrödelt. Wenn das nur nicht so ruckeln würde zwischendurch, ne? Wir haben leider nicht viel Zeit, aber ich gucke so während her noch, ob da irgendwelche Zettel liegen. So. Tockel. Oh mein Gott, wir müssen schnell machen. Sonst können wir nicht starten, wahrscheinlich. Hier ist ein Knopf. Und jetzt sind wir doch schon da. Die Zeit hat auch aufgehört, jetzt. Was steht hier? We believe in you. Das glaubst du... Ist das das Team von Chiyoten? Ganz ernsthaft. Das ist das... Oh, scheiße. Äh, warte mal. Ich muss, äh... Ich habe nicht mitgekriegt, dass diese... Hä? Ich kann nicht klicken. Ich weiß nicht so genau, was ich hier machen soll. Ja, aber wie? Äh, ich kann hier nichts klicken. Sag mal. Complete first stage of the launch sequence. Hä? Ich kann hier nichts drücken. What the fuck? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sag mal. Hier ist nichts zum Klicken. Ich kann hier nichts anklicken. Ach so. Ah. Ach, euer Ernst. Ja, ich habe es. Flip, flip, flip. Zwei ist dann... Der Hebel. Drei. Oh Gott. Drei wird schwierig. Hallo? Äh. Musst du doch das anmachen, ne? Hä? Ready to... Warte mal. Ach so. Ich glaube, ich muss das zum richtigen Zeitpunkt wieder zurück machen. Okay. 1, 0, 1. 1, 0, 1. 1, 1. Ne, warte mal. 0, 0 war es. 1, 0, 1, 0, 0. Dann, äh, 0, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 4 ist jetzt das hier. Sehr gut. 5 ist das hier. Da müssen alle so schräg nach oben. So, so, so. Sehr gut. 6 ist, äh, glaube ich, auch 1, 1 einfach. Äh, warte mal, wo ist das? Das ist... Hier irgendwo. Flip, flip. 7 ist jetzt dieser Hebel hier. Ne, der Hebel. Der Hebel. Ne. Der hier hinten. Ja, immerhin. Okay, wir starten hier gerade in der Rakete. Das wollte man... Ich sehe nichts. Ich sehe nicht nach draußen. Da sieht man jetzt auch nichts mehr. Boah, guck mal, wie schnell. Scheiße. Ich hoffe, ich muss jetzt nichts mehr machen. Warte mal, da ist noch 8, 9 und 10. Ja, wie schön. Ja, wie schön. Ich glaube immer noch, dass das das Team von Kioken ist. Oh mein Gott, ist das schön. Ja, super. Genau in dem wichtigsten Punkt. Da steht was. Nein, ich habe es verpasst. Deliver us the moon. Ich habe es genau gehört. Complete the second stage of launch sequence. Cut off main engine. 9 ist dann der Schalter hier. Und 10 ist dann der Schalter. Deliver us the moon. Und 10 ist dann der Schalter. Und 10 ist dann der Schalter. Und da sind wir wieder. Wir haben ein neues Objective. Dock to the Station. Alles klar. Okay, das war das Vorgeplänkel, wie es aussieht. Gut, hätten mich jetzt auch gewundert, wenn das Spiel schon vorbei wäre. Und wir sind am Mond angekommen. Also auf dem Mond, an dem Mond, je nachdem. Und müssen hier jetzt andocken. Aber bevor wir hier andocken, mache ich jetzt eine kleine Pause. Und wie gesagt, es wird am Anfang jetzt erstmal eh im Wechsel mit Yakuza kommen. Also nicht hoffen, dass jetzt hier eine Tagefolge kommt. Das wird erst passieren, wenn ein anderer Slot frei geworden ist. Bis dahin, wie gesagt, alle zwei Tage. Aber es freut mich auf jeden Fall. Das Spiel ist da. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ihr findet es genauso interessant wie ich. Und wenn es euch gefällt, lasst es mich wissen. Lasst mir ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare. Schreibt mir in der Nachricht auf Facebook, Twitter oder auf YouTube. Oder aber ihr könnt mich auch gerne abonnieren. Also ich hätte da natürlich nichts dagegen. Ich meine, es ist kostenlos. Es macht Spaß. Und ihr helft mir damit weiter. Aber ihr könnt damit natürlich auch up to date bleiben. Wie dem auch sei, das ist euch überlassen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Und ich wünsche noch einen schönen Abend. Und haut rein! Gut, 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 gut.